Hey Leute, ich bin Philipp und ich teste heute den Generali Tennis Starter. Und mein letztes Mal auf dem Platz ist schon ein bisschen her, deswegen mal sehen was noch geht. Ich hab Bock, let's go! Also die Knochen sind noch ein bisschen eingerostet, aber es macht einfach Spaß mal wieder auf dem Platz zu stehen und einfach ein bisschen zu spielen. Mit meinem Kumpel, da muss ich mich wirklich strecken und mitzuhalten, aber hey, ist ja alles zum Spaß. Also Leute, es hat einfach mega viel Spaß gemacht, mal wieder Tennis zu spielen. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann geht einfach auf starter.tennis.de. Super einfach, findet ihr einen Club in eurer Nähe und ich würde sagen viel Spaß beim Spielen.